Kuba, Maximilian ist der Bauer hier vom Hof. Wo hat er heute Morgen gefunden? Da sind sie dann gelegen. Der Kuba mag es auf dem Boden und den er immer überall haben. Max hat mal gesagt, dass sie wie Vater und Tochter zusammenleben. Das ist immer in meinem Leben. Ich schule sie gar nicht. Wenn einer schuld ist, dann die Nägel hin! Es hat niemand verstanden, warum der Max ausgerechnet eine aus dem Asieland heim nehmen hat müssen. Ich habe bei Müll der Kubas einen Schwangerschaftstest gefunden. Das ist positiv. Der Obduktionsbericht hat ergeben, dass der Mann säugungsunfähig war. Mit dem Brunner Florian vom Dorfladen hat es abbandeln wollen, die Groberin. Sie haben sich mit einem Kuss begrüßt und sind dann in der Jagdhätte verschwunden. Wenn sie nichts zu verbergen haben... Wieso sind sie dann abgehauen? Jetzt kriegt sie ja Fett weg, die Hex. ... ... ... ... ...